hallo und willkommen zu einem neues projekt ist es ja nicht mehr aber ein neues let's play together projekt zusammen mit der pü auf der couch heute mal wir spielen gegeneinander zuerst jetzt rocket leech und ja wir haben oder die pü die hat jetzt auch trainiert die ist jetzt schon richtig gut das wird der erste teil jetzt sein also wir spielen ja wir spielen ich sag mal auf jeden fall eine halbe stunde und länger vielleicht und danach spielen wir dann zusammen im team online gegen irgendwelche anderen leute so dann würde ich sagen machen wir mal ein freundschaftsspiel arena zufällig guckst du so dann wünsche ich euch viel spaß und drückt mir die daumen ich mache auto du musst noch drücken okay muss ins blaue ja das war jetzt kannst das war beschiss jetzt und da geht er direkt rein und das war beschiss ich habe ich habe doch noch getrunken als du schon start gemacht hast du hast du verdrückt du zählt nicht ach hör auf was für ein tor so also 1 zu 0 ja wie gesagt so wie die so wie die kamera gerade eingestellt ist so sind wir auch nein nein also deine wort nie pü ist blau und ich bin ne warte mal wie haben wir denn jetzt gerade die kamera ich bin doch gerade rechts in der kamera oder äh ich bin einfach zu schnell für die 3 zu 0 das ist jetzt nur glück glück meinst du aber sag mal die kämpfers sind jetzt gerade wir müssen doch glücklich wechseln ja ich würde sagen wir schauen gleich dann noch mal oh der geht jetzt nicht rein oder weil er abgeprallt ist an der seite glück lucky she's so lucky she's a star and she cry fuck und er kommt um einen los und geht er jetzt bei mir auch so schön rein nein geht er nicht verdammt hinterher jetzt mal weg mit der knolle hier oh oh na fuck und sie fährt unten durch nein 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 das kannst du nicht tun unternehmen nein nein und weg ist er raus aus der gefahrenzone Mario ach fuck ey Manuel nicht Mario so guck dir das an der Beier kommt ach hör doch auf sich das ist doch nein das gibt es doch ach komm der war doch schon drinnen ja weder auch das ist jetzt nur gay recht gay es gibt doch nicht mal ein gay es gibt doch nicht mal ein gay nein ach komm der geht vorbei du bist immer viel zu schnell auf nicht gar nicht wo bist denn sie da kommt sie schnell weg hast du Angst vor mir? hast du Angst vom schwarzen Mann? oder vom pinken Auto? ne das ist ja sonst meins und da kam er wieder der pinke Recher wow was ist denn jetzt hier los? hallo ich will das 4-1 haben nein oh Gott oh Gott da köpfe ich in die falsche Richtung und da komm ich und da komm ich und da komm ich und oh nein 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 komm 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 Ohhhh! Hihihi! Und jetzt schließe 3 zu 2. Wir müssen dann aber nach der Runde doch mal die Pets noch mal tauschen, dann bist du auf der rechten Binde. Was haben wir denn davon gedacht? Oh, komm schon! Oh, ich hänge ja noch an der Luft. Ich auch. Ach quatsch. Oh, oh. Ich hab grad schon Luft auf die falsche Seite geguckt. Nein, nein, das kann nicht das 3 zu 3 sein. Komm, hol da raus! Brauchst du jetzt gar nicht verstecken. 3-3, ey. Hast du jetzt 3 Tore nacheinander gemacht? Hm? Hast du jetzt 3 Tore nacheinander gemacht? Hä? Oh ja. Fuck. Oh, und der geht da zurück. Da kommt er zurück. Oh. Du bist zu langsam für mich. So siehst du aus, ey. Nein! Nein! Oh Gott! Oh Gott! Nein! Hättest du letztlich reinmachen können? Nee. Bist doch mein Teampartner. Ja, nachher. Du kannst ja gar kein Fußballspiel, geschweige denn... Nee. Nein! Nein! Scheiße. Alter, so nicht. Nein! Fuck. Und jetzt komm ich. Nein! 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 Alter! Das... Och. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Nein! 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 Ey, jetzt führt die oder was? Das ist mein Spiel! Hör doch mal auf jetzt! Du hast in meinem... ... zu... ... zu suchen. Doch! Hör auf jetzt! Komm, okay. Ganz ruhig, ganz ruhig. Guck mal, es ist nur 1,41. Oh. Oh, Alter! Ja! Na, oh! Wo kommst du denn auf einmal her? Ja! Aus dem Nichts? Scheiße. Kacke, ey. Ich war mir schon nicht sicher. Das war dein Fehler, mein Freund. Ah! Ah! Okay. Okay. Alles gut. Ich habe ihn rausgeholt. Hey! Ich hab mal rausgeholt! Hä? Den Ball! Natürlich. Du fährst doch sonst nur unten durch! Nein! Fuck! Nein! Oh Gott! Nein! Wo bin ich? Ich kann's wieder oben lang fahren. Nee! Ach komm, ey. Ich kann doch nicht einfach vorbeifahren am Ball. Oh! Nein! Komm! Das kann's nicht sein, ey! Nein! Nein! Ich kann doch nicht wieder unten durchfahren! 18 Sekunden, ey! Das kann... Ah! Ey! Komm! Jetzt haust du dir nicht noch da rein, oder? Nein! Ich hab's nicht rein! Ich hab's nicht rein! Die nächste Runde wird so viel Bluten, ne? Ach komm, noch ist doch... 8 Sekunden! Ey, das... das ist nicht wahr, ey. Freunde da draußen! Das ist nicht wahr! Ah! Fuck! Okay, okay. Ganz ruhig. Wenn ich den jetzt sofort treffe und direkt rein mache... Warste aber nicht. Oh Gott, nein. Ey, ey. Das ist ja wie das Meterschießen jetzt hier. Hör auf. Gönnest du mir doch auch mal. Naja, warum? Oh, der kommt! Nein! Nein! Yes! Ole, ole! Nein! Ich habe immer noch zwei Sekunden. Ach, fuck. Echt? Das wäre ärgerlich gewesen, wenn der jetzt abgeprallt würde. Das ist ja schön. So war noch geradeaus. Okay. Freunde, drückt mir die Daumen! Nein! Nee! Komm! Achso. Nee! Das kannst du... Nee! Oh, es geht weiter. Oh! Ey! Ja, okay. Warte. So, ich schieße zur Seite. So. Bist du jetzt da? Alles gut? Wie viel haben wir jetzt? Nachspielzeit? Na, bis ihr immer ein Tor schießt. Gold in gold. Runter! Runter! Also, ich fange nochmal an, ne? Nein! 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 Möge der Bessere gewinnen! Darf ich euch gerne einen Applaus verdienen! Vielen Dank! Vielen Dank! Ich glaube, ich warte so einen Applaus, Hempel. Das gibt's doch wohl nicht! Weißt du, woran das lag? Weil du mich die ganze Zeit zu Lachen bringst! Warum? Los jetzt! So, dann müssen wir mal tauschen, ne? Wieso heiße ich Bulli 2? Ich bin die Pü! Ja, das geht nicht anders! Dazu brauchst du einen Steam-Account und das gleiche Spielen! Dann könnten wir das machen! So! Drück! Meiner ist ein bisschen feuchter, glaube ich! Hm, ich merke schon! Das war die Angst, hä? Nee! Doch! Es flutscht, ist immer gut! Achso, du musst noch drücken! Okay, so, umdenken! Denk dran, du bist jetzt links! Ja! Und das war ein wunderschön Kickoff! Wow! Nein! Nein! Oh, nein! Bam! Ich war mit Ansage! Davon hat's auch so begonnen! Ach, verehrte Freunde! Oh, halt doch einfach mal jetzt die Fresse hier, ey! Was soll ich sagen? Aber du hast das geilere Auto! Das ist... Fuck! Wow! Nein! Und da fährst du vorbei! Und jetzt komm ich von der anderen Seite und fahr vorbei! Oh! Nein! 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 Oh ja, das war ja, das war ja! Oh Gott! Irgendwie kam wieder Gitter! Nein! Und ich hol ihn da weg wieder vom Tor! Meine Fresse, ist ja schlimmer als... Bei... Weiß ich noch nicht! Alter! Verpiss dich! Also die andere Seite hat noch ein bisschen... Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Nein! 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 Und rausgeholt! Mit einer Hand! Und weiter geht's! Hör auf! Ich hab Turbo! Hör auf! Alter, hör auf jetzt! Doch! Hast du Angst? Pü! Ich bin halt einfach der Bessere! Das war schon immer so! Natürlich! Schon damals im Kindergarten! Oh! Oh oh! Okay, der geht daneben! Was geht zu mir bei mir? Ah, was mach ich denn hier? Keine Ahnung! Ich fahre wieder! Fährst du wieder hoch? Mhm! Okay! Ich mach mal weiter, ja? Oh, der kommt gut, der kommt gut! Nein! Pfosten! Und das Stadion bebt und tobt! Die Fans des orangenen Teams hätten sich heute einen schöneren Tag erwartet! Aber sie wissen was genau! Oh, halt doch, Alter, jetzt bei der Maul, ey! Das kann nur einen geben! Wo bist du? Ach, da! Team Blau ist in Führung! Zwei Tore! Ach nee! Und Team Blau kommt und schießt! Und geht daneben! Mann, was mach ich denn jetzt hier? Du blenden dein Torepfiel! Alter! Bist du? Wo bist du überhaupt? Da hinten! Cooler zu lang! Nein! Oh, doch! Nein! Fuck! Oh, kommt der noch? Fuck! Nein! Fuck! 3 zu 0! HETT! 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 Ladies and gentlemen! In the blue corner! HETT! J- Scheiße! Die andere Seite? Das geht nicht! Die Cam ist falsch! Die Cam ist falsch! Wo bist du? Ach, da! Ist das meine Seite hier? Wo wir gerade sind? Nee! Doch! Bist du nicht putzig? Hör doch auf jetzt, ich hab keine. Alter, Herr O. Ja, bitte. Scheiße, was mach ich denn hier? Hör auf jetzt! Alter! Hör auf jetzt! Wie viel Spiel ist gut? Ihr hättet mal die Spiel sehen sollen, wo sie vorhin gegen eine Mütter-Hitke alleine gespielt hat. Da hat die hier... Da ist die ausge... Ist noch da... Und da kommt er und er fliegt und fliegt und fliegt ins Kopf. Ich glaube, sie bekommt langsam so Hakenkreuze. Also Kreuze mit Häkchen dran. Ja, ich glaube, sie wird langsam wütend. Das fing vorhin auch so an. Danach hat sie, ohne Scheiß, angefangen an meinen Möbeln zu kauen. Und hat ganz komische Wörter gesagt. Das waren nur Fachbegriffe, die du natürlich noch nicht kennst. Oh, du hast noch eine Minute Zeit. Vier Tore, Pü. Fuck! Und ich komme und schieße! Ach, ne. Ich habe gleich keinen Bock mehr hier mit dir so. Oh, der geht daneben, der geht daneben! Oder kriege ich noch! Der geht noch rein! Morgen habe ich wieder blaue Flecken. Leute, wenn ihr das seht. Ich starte einen Aufruf gegen misshandelte Männer. Jetzt kannst du das machen. Ne, ne. Ach. Hör doch auf hier. Geh weg, alter. Ich will aber n... Warum dann beide zusammenspielen im Team lieber? Mit der Schnauze. Sag mal, ist dir das groß dabei? Jetzt wird es nochmal probieren. Komm. Ich fahr neben dir her. Ich filme das alles. Ach. Jetzt tu mal nicht so, alter. Du bist doch bescheuert. Ich glaube, ich treize. Hast du schon fünf Tore gemacht? Ja? Willst du noch probieren? Oh, ne. Vergiss es. Oh, Mann. Die hätte ich mir jetzt aber gegönnt. Das ist ja schön für dich. Sag, was du Schüsse kriegst du. Zu Recht. Ach, fuck. So. Ein Hexenhut. Siehst du, passt der zu dir. Ja, war sowas doch eben. Pass auf. Ich würde jetzt sagen, wir machen... Das waren jetzt die zwei Trainingsrunden. Und jetzt machen wir best of three. Of three. Das heißt... Drei Matches. Und was... Und dann muss der Verlierer irgendwas blödes machen. Ne. Okay. Der Verlierer... Muss... Beim nächsten Let's Play... Irgendwas albernes anziehen. Irgendwas albernes. Das hast du doch immer eigentlich. Komm, mach. Gib dir Mühe. Der Verlierer, der muss dann irgendwas albernes einziehen. Genau. Ich will schon, was ich der Pü gebe, wenn sie verliert. Das Goldene. Das Goldene Kleine. Warte. Das können wir uns selber aussuchen, okay? Was derjenige einziehen muss. Also es darf aber nicht zu extrem sein. Es soll allgemein sein. Geht los. Ich weiß schon, was ich dir gebe. Ja, ich weiß. Krieg ich das Goldene, ne? Ne, das Grüne. Ja, bist du dir sicher, dass du überhaupt gewinnst? Ich weiß gar nicht, warum du überhaupt so... Wo bin ich denn? Ach, oh Gott. Unter mir. Ach, bist du... Nein! Doch! Nein! Geh doch rein! Scheiße! Da fährt sie wieder ihre Kreise. Ich... Ach... Das müssen wir... Das machen wir wirklich, oder? Hör mal auf jetzt. Ja, das machen wir wirklich. Nicht, dass du dann sagst, Nyeh. Wir haben es auf Video. Deswegen, Pü... Ach, das wird lustig werden. Vielleicht machen wir das sogar schon... nach dieser Aufnahme-Session, wenn wir zusammen spielen. Was hältst du davon? Ja, ja. Das machen wir. Derjenige, der jetzt verliert, muss in der nächsten Session, also spricht noch heute, muss dann... etwas Peinliches anziehen. Hör auf jetzt! Was hast du denn? Du lenkst mich ab mit deinem... Okay, okay, ich sag das nicht mehr. ...gelaber. Oh... Oh, das habe ich mir rausgeholt. Okay, Concentration. Du bist ja sonst diejenige, die ja immer erzählt, das Stadion tobt und bei Mario kart. Ja, bei Mario kart. Ja, was denn? Da muss ich mich ja nicht so konzentrieren. Hast du gedacht, war das da so einfach den Ball jetzt? Ja, hab ich in der Tat. Ja, dann schubst du mich! Wieso bin ich denn? Ach Gott. Nein! Jaaaa! Nein, 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 nein! Ich wollte... Sag doch einfach, dass du dich in diesem grünen Badeallzug präsentieren möchtest. Was ist das? Versteh's? Oh, mein Leute. Was hast du... Was hast du denn du mit deinen Leuten? Ja, die Fans... ...da draußen. Jaja. Oh, scheiße. Fuuuck. Wir können uns darauf einigen. Egal wer gewinnt, das Grüne. Nee! Vergiss es! Wenn du so geh... Oh, komm komm komm! Nein! Viel Spaß damit! Ich will das nicht ansehen. Tja. Ich geh da mal. Oh Gott, das ist ja schon so spät. Ich geh mir jetzt nicht so blöde von der Seite an. Haha. Warum nicht? Ahhh, ficken ey! Hör auf! Das bin ich doch... Ich hab grad auf deine Seite geguckt. Der hat trotzdem das Tor gemacht. Ohne Scheiß jetzt. Lag denn direkt vor mir der Ball oder was? Ich geh darauf jetzt nicht ein. Okay. Oh, das gibt's da wohl nicht. Alter, hör auf! Nein! Drei Tore für dich. Du hast noch knapp drei Minuten. Ich hab das noch zu drücken. Ich zieh nicht das Grüne an. Komm, jetzt ist doch auch ein... Ja, richtig. Das ist das Goldene. Oh Gott. Nein! Nein! Okay Ah! Ich seh' nicht mehr. Oh Gott. Ah man, wieso der manchmal so ewig weit weg springt. Oh ja, oh ja. Und jetzt wieder der Konter. Ich fahr' mal bisschen Gitter hier, wa? Oh. Wurrum! Der kommt nicht. Noch so, auch wenn du jetzt verlierst, fühlst du nichts verloren. Wie gesagt. Zwei Runden muss man gewinnen. Ich will nicht, dass... Ja! Achso! Nein! Nein! Nein, nein! Tobo, Tobo, Tobo! Gib ihm! Ach! Jetzt war ich grad so ein Gedanken gewesen. Ja, ich weiß auch schon. Wo du warst. Bei den zwei Nazis bestimmt wieder. Oh ja, meine Freunde. Oh, wir sind ein bisschen geschneller. Grad am Bau gewesen. Drobo. Und... Oh, der kommt gut, der kommt. Nein! Kann ich ja auch Meister nennen oder sowas. In Zukunft. Du langer jetzt mich. Okay. Jetzt hat's jetzt voll gebracht von uns hier hin. Oh, was mach ich denn jetzt? Ahhhh! Du... Ach komm, vergiss uns. Oh! Oh, der geht nicht, oder? Der kommt... Oh! So ein großes Tor! So, eine Minute noch. Dann hab ich die erste gewonnen. Ich möchte dann bitte wieder die andere Seite haben. Verstanden! Grabscher! Aua! Aua! Oh! Nina! Und her rollt! Und rollt! Und rollt! Und rollt! Und rollt! Und ist drin! Ich hab keinen Bock mehr! Ist's schon aufgegeben? Nee! Nein, 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 oh Gott, schrei doch nicht so, der kann das arme Mikrofon. Können wir jetzt mal ordentlich machen? Was, schon zu Ende? Ja. Nein, nein, nein. Blau ist der Winner. Ich muss jetzt noch eins gewinnen. Nur noch eins. Halt einfach mal Senna. Goschel, ja. Goschel. Halte Backen, Junge. Ich freu mich schon. Außerdem, bei der Wette muss man ja eigentlich einschlagen. Ich habe der Sache nicht zugestimmt. Ich wusste, dass jetzt die Ausreden kommen. Ich zieh sowas nicht an. Aber ich, wa? Ja. Du hast das Eiskalt durchgezogen. Das war ja auch deine Idee. Hey, dann machst du das so. Oh. Dann, dann gib mir einen Gegenvorschlag, was der Friere machen wird. Oh nein! Fuck! Wiss ich jetzt nicht. Fuck ey! Du musst das doch aber live kommentieren. Wenn ich jetzt gewinne, dann habe ich ja gewonnen. Ja, ja. Oh oh. Truppe holen. Ja. Ich komme nicht runter. Nein! Ficken ey! Los, 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 los. Das Püh. Ah, ich denke da, da daneben Nein! Nein! Ach nee Was hast du denn für einen Scheiß ausgesucht? Ich wollte lieber Mario karten Ich glaube, wir spielen dann lieber zusammen wieder Wieso? Da hast du mehr Chancen, dass wir beide verlieren Ne, es macht mir aber tatsächlich mehr Spaß noch mit ihr zusammen zu spielen Verständlich Oh Sie lassen jetzt einfach so lang kullern den Ball Oh Nein! Mit nem Rückwärtsgang Oh Gott, das war gut Ne Ach, hör auf Ah Nein, nicht vorbeifahren Aha Steht nur 1-0 Stell ich grad fest Komm, Rolle Jawoll Und Nein Oh Ich glaube, ich muss mir heute Gedanken um meine gesundheitliche Zukunft haben Was? Was? Oh, der kommt Oder? Nein, der geht halt Oder? Das war touch too much Oh, oh, oh Ey Der kommt doch nicht ab Ich hab kein Turbo mehr Scheiße Ah Ficken, ey Das gibt's doch wohl nicht Du bist ja im Nacht bestimmt aufregend, dass du so oft dieses Wort benutzt hast heute Was? Wenn wir dann die Folge angucken Was denn? Ficken Und? Was ist mein Flugwort? Und? Oh je, komm Oh Gott Oh Oh Nein 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 Oh 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 Ne Vergiss es Oh 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 Das ist ja nicht mehr auszuhalten Oh, der kommt Oh, der kommt Oh, wie geil der kommt Oh Herrliches Tor Ja Ja Mach dich ja Super Ne Ernsthaft Ernsthaft Ich hab gedrückt Ich hab gedrückt Und da steigt der Ball in die Luft, keiner weiß wo er landen wird Team Blau wird's nochmal probieren Da kommt aber schon Team Orange Team Orange Team Orange geht in Position Der Ball rollt hier Der Ball rollt hier Der Ball rollt hier Team Orange Das ist ja nicht mehr Ich hab das jetzt albern, oder? Komm ich bin, wir machen, wir machen das jetzt hier noch zu Ende und dann spielen wir lieber zusammen, das macht mehr Laune Ja Ja, wir bildet zusammen Guck's nicht so an Jetzt bin ich nervös Ne, ey Wie lange muss ich noch? Komm, ich verteidige jetzt nur noch, okay? Ich verteidige noch Halt die Fresse, mach doch einfach nochmal jetzt Oh mein Gott Hilfe Leute Oh Gott Ich glaub das hätten wir nie machen sollen Die Fresse, mach doch nochmal einfach Oh Nein Oh Pü Nein Nein Oh Mit deinem Hinterteil, weißt du? Mit deinem dicken Hinterteilhals Und der winner ist Bulli Ich betone Ich war Team Blau Ich hab ja mein Schädel bekommen So, so Gut, ich hoffe euch hat's gefallen In der nächsten Runde spielen wir dann zusammen Wie gesagt, macht mir auch ein bisschen mehr Spaß Und Ja, ich hoffe ihr hattet Spaß Erstmal beim ersten Teil Der nächste folgt dann Am nächsten Tag Ja, bis später Ja Oder möchtest du noch irgendwas sagen für zu deinem Ich weiß, im Vertrag steht das eigentlich nicht Aber du hast mich ja dafür bezahlt, dass ich dich gewinnen lasse Also ich darf das eigentlich nicht in der Öffentlichkeit aussprechen Warum machst du das dann? Ja 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 Wenn mir das Geld jetzt gerade etwas egal ist Ich wollte es jetzt nur klarstellen Wollte es klarstellen Nein Gut Das war nochmal eine schöne Ah ne Oh Leute, ich brauche echt Was denn? Was denn? Ich guck man sieht das nicht So, ok, macht's gut, tschau